Das gefällt mir sehr gut, das passte ja zusammen. Das ist halt nicht immer dieses Standardprogramm, sondern die Bewohner müssen sich auf neue Dinge einstellen und bekommen eine neue Anregung. Die Lieder kennen wir alle, bloß ich kann sie gut singen. Ich hab's gerne gemacht. Man kann Bewohner bedienen mit so einem Betreuungsprogramm, hat aber gleichzeitig auch noch Zeit für andere Bewohner. Das war super! Super! Oh! 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 Vielen Dank.